Und das war der Start. Die 1, Time to say goodbye, kommt gut ab, aber die 4, I saw you will hier nach vorn. I saw you, innen wird sich die 1, Time to say goodbye. Per Lennartson will I saw you nicht vorbeilassen. I saw you aus der höllischen Anfangsphase, Fehler der 1, Time to say goodbye mit einem Fehler. Ja, jetzt aber wieder auspariert in zweiter Position. Höllische Eröffnung, I saw you, Orke Lindblom ist hier nach vorn gefahren. Höllische Eröffnung und das Feld ist recht weit auseinandergezogen. Am Ende die 8, Nupagadi, es geht in die Tribünen gerade. Vorne ist I saw you, dann die 1, Time to say goodbye, dann die 2, Crown Camp, die 5, Cäsar Sanna. Es geht am Zielpfosten vorbei, in die Schlussrunde hinein. Fünftes Pferd ist die 6, Carmel. Am Ende die 8, Nupagadi. Drittletzter die 3, Prince Tag. Vorletzter ist Nupagadi. Dahinter die 7, Yield Boko. Es geht alle an der Innenkante gesteuert, jetzt schon bereits in die letzte Überseite hinein. I saw you an der Spitze, innen dahinter die 1, Time to say goodbye. Außen kommt die 5, Cäsar Sanna. Im Schlepptau die 6, Carmel. Innen die 2, Crown Camp. Drittes Pferd außen, die 3, Prince Tag. Dann Yield Boko, innen und außen Nupagadi. Der Schlussbogen ist erreicht. I saw you ist vorn. Außen die 5, Cäsar Sanna. Innen die 1, Time to say goodbye. Außen die 6, Carmel. Wo ist Nupagadi? Ich sehe ihn im Moment nicht mehr. Vorne ist I saw you. I saw you ist vorn. An der letzten Ecke. Außen die 5, Cäsar Sanna. Innen die 1, Time to say goodbye. Und dann kommt Carmel in dritter Spur. Und in vierter Spur wird Prince Tag gebracht. Vorne ist I saw you und zieht hier durch. Startziel. Die 4 gewinnt. Vor der 1 und dann die 5. Dann die 6. Dann Prince Tag. Und von Nupagadi habe ich leider auf den letzten 3, 4, 500 Metern nichts mehr gesehen. Doch da ganz hinten war ja das. Ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Galopade war. Ich habe sie nicht gesehen. Jedenfalls kam er hier nicht mehr mit. Die 4 gewinnt. Vor der 1 und dann die 5. Also die 3er-Wette hätte ich nie treffen können. Vielleicht haben sie sie getroffen. Aber mit der 5, Cäsar Sanna auf 3 ist ja unfassbar. I saw you gewinnt diese Aufgabe. Mit Orkel Lindblom, der sich entsprechend freut. Ja, Nupagadi, ich muss mir gleich die Wiederholung angucken. War vorletzter Eingang der Schlussrunde und dann war er plötzlich nicht mehr im Bild. Aber bei der 1 und dann war er möglich Ja, und in einen taktischen Erwägung war die 4 I Saw You hier beim Kampf um die Spitze nicht wirklich wichtig. Haben sie möglicherweise auch mitbekommen. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß zwar, dass er anfangen kann, aber dass er hier Time to say goodbye die Spitze abjagt, die Führungsposition, hätte ich nie gedacht. Und dass er dann auch noch durchzieht und das Ding hier so leicht am Ende eigentlich gewinnt. Prinz Tech am Start, mitten im kurzen Rumpler. Ja, Nupagadi, Startplatz 8 war nun wirklich nicht schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren.